Boah, was mache ich jetzt hier? Voll langweilig irgendwie. 200er Scheine. Grüne Scheine, gelbe Scheine. Ja, das ist mein Glückstag, ja? Ach du Scheiße, was ist los? Was ist los? Puh! Puh! Krass, krass, krass. 100er, 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 100er. Gelbe, 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 gelbe. Erstmal direkt. Pah! Pah! Boom! Pläsi! Pläst dich und musst her. Sofort! Direkt Pläsi! Und dann, eins, zwei, drei, vier, fünf, Dior shoppen. Genau, was? Wo ist mein Handy? Das ist mein Handy. Damn, Junior. Woher hast du das ganze Geld? Was? Woher hast du das ganze Geld? Du hast nichts gesehen. Boah, Junior, du weißt doch, ich hab auch Probleme. Ich brauch ein bisschen Money, Money, Money. Das geht dich gar nicht an. Du weißt doch, damals, als du kein Geld hattest und du kamst zu mir... Was für damals? Halt, stopp! Was für damals? Sag mal! Kannst du dir vom Auge gehen haben? Wann? Als du kein Geld hast, um einzukaufen. Lass mir überlegen. Nein. Mach jetzt nicht so, ne? Mach jetzt nicht so, ne? Nur weil du... Du weißt doch, wenn ich Geld habe, kriegst du auch was. Du redest von fünf Euro. Das hier, siehst du das nicht? Guck mal, was steht da drauf? 200. 200. 200. 200. Das mach doch nicht, finde ich. Auch 200. Nein! Nein, 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 nein. Nein! Du kannst dir fünf Euro geben und 200 erwarten. Nicht nur, ich hab nur fünf Euro. Es gab mehrere Male. Hast du investiert? Ich hab dir gegeben, als du brauchst es. Hast du mich investiert? Ich war da, als du was brauchst es. Ach! Du warst da, ich was brauchst es. Jetzt machst du so, ne? Okay, warte mal. Ach, ich kann gerade keine fünf Euro finden, weil ich nur Hunderter sehe, Grüne sehe, alles nur Grün und Geld. Ich kann wechseln. Du kannst wechseln? Ja. Ach! Ich wollte mit Kollegen was essen gehen, aber dann geht ja nicht. Ja, jetzt mit Kollegen. Aber statt mir was zu geben, will ich mit Kollegen was machen. Okay, wie viel willst du haben nochmal? 500 wäre gut. Ach! So von fünf? Oh, 500! Ich hab kein Geld. Ich brauch das. Von fünf? Das weiß ich nicht. Das ist hundertmal. Leute werden gierig, ja? Leute werden gierig, Leute werden gierig, wenn die Geld gierig sind. Was? Du hast Geldprobleme. Ich brauch doch. Du hast Geldprobleme. Okay, heute bin ich mal... Nein, ich kann es nicht anfassen. Warte mal. Ich muss mal überlegen. Du musst erstmal überlegen. Gib mir ein bisschen Zeit zum überlegen. Du weißt, wenn du was brauchst, ich bin auch immer da. Ich weiß es. Ich hab's nicht vergessen. Aber ich muss nur überlegen. Warte. Ich überlege doch. Komm. Überlegen. Du sollst gehen jetzt? Kannst du gehen? Überlegen. Ich vergesse nicht. Ich vergesse nicht. Alles klar. Du weißt nicht. Warum hast du so viel Geld? Das ist mein Geld und das finde ich gar nichts an. Doch. Was machst du jetzt hier? Geld holen. Geld holen, was? Wenn ich sage, Jaden, bitte hol mir das. Du sagst nein. Ich hab noch nie gesagt. Ah, auf einmal hast du nie gesagt, ne? Weil du Geld gesehen hast. Was wirst du? Eine Popcornmaschine. Eine Popcornmaschine. Eine Zuckerwattemaschine. Ein Powerboard. Powerboard? Ja. Ein neues Fahrrad. Ein neues Fahrrad. Und ein Kopfhörer. Kopfhörer wirst du. Ein Handy. Handy wirst du. Was für ein Handy wirst du? iPhone. iPhone. Nicht Amazon. iPhone. Nicht Hawaii. 12. 12 Pro. iPhone 12 Pro. Ja. Und ein Skateboard. Und ein Skateboard. Lass uns kurz kurz nachdenken. Okay? Muss kurz nachdenken. Und eine. Eine. FIFA. Und FIFA. Sonst noch weitere Wünsche? Und eine Watch. Okay. Und eine Uhr. Und eine? Uhr. Eine Watch und eine Uhr. Ja. Lass mich kurz nachdenken. Okay? Mhm. FIFA. Watch. Uhr. Hoverboard. Und was noch? Skateboard. Skateboard. Kopfhörer. Handy. Warte. 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 Nein. Warum? Warum? Wie? Warum? Du willst einfach alles. Ja. Du willst, dass ich alles ausgebe. Das. Zählst mich hier. Das, das, dies, dies, dies. Nicht mal. Ich hab so viele Wünsche mit diesem Geld. Wenn du die nächsten Tage alles machst, was ich sage, ne? Dann kauf ich dir vielleicht was. Dann kauf ich dir was. Und neue Schuhe. Neue Schuhe. Okay. Ich weiß Bescheid. Jetzt geh und bitte räum mein Zimmer auf. Okay? Gut. Jetzt sag ich nicht, nein. Weil ich Geld habe. Ich hab gehört, du hast viel Geld. Ich möchte auch etwas. Ach, du auch? Mhm. Ich möchte neue Klamotten. Ich möchte Schuhe. Ich möchte ein Hoverboard. Ah. Und ich möchte ein Tablet. Ein Tablet. Ein iPad, ja. Ein iPad. Willkommen bei Wünsche was. Weiter. Ein iPad. Ein Computer. Mhm. Und ein neues Handy. Neues Handy. Weiter. Und ein neues Fahrrad. Ein neues Fahrrad. Weißt du, gehen wir auch vorhin hier. Ja. Er wollte auch tausend Sachen. Aber was ihr vergessen habt ist. Weihnachten ist längst vorbei. Und ich bin nicht der Weihnachtsmann. Also. Lass mich ganz kurz über deine Wünsche nachreden. Mhm. Nein. Warum? 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 Du willst auch alles haben. Du willst alles haben. Du kommst hier direkt. Ich habe Geld. Du hast Geld. Einfach 10.000 Sachen. Darüber denke ich noch. Kannst gehen. So viele Wünsche. So viele Wünsche. Hey. Ein großer Dieb in diesem Haus. Du. Ähm. Wo hättest du mein Geld gefunden? Hä? Ich habe es beim Aufräumen gefunden. Dieses Geld. Geld für den Jungen. Nicht mal meine Geld. Ich habe dieses Geld versteckt. Wo niemand finden kann. Ich wollte nur aufziehen. Ich habe es gefunden. Ich bin aufgeräumt. Hey. Seit wann ich etwas aufräumt. Seit wann? Nein. Ich wollte nur aufziehen. Alles ist ... Alles ist ... Eine Scheine, die fehlen. Die geben mir 10 Scheine. Geh mal dieses Geld zurück. Papa, kann ich aber bitte eine ... Please schon 5 haben? Geh weg! Geh weg! Geh weg von meinen Augen!